hey meine freunde und willkommen zurück zum neuen spaß jetzt wo wir wieder einen sack kartoffeln verloren haben einen können wir aber noch kaufen auch wenn der mega überteuert ist dafür hasse ich mich wahrscheinlich aber ich kann zum frecken keine allraune was ist das so eins von diesen gütern die kannst du einfach nicht aber das gute ist jetzt stört mich das nicht mehr weil wir ein links über haben aber ich habe so viel getreide ich muss mir was überlegen jetzt haben wir wieder ein bisschen gemüse nur kartoffeln haben wir nicht aber gemüse können wir machen also normaler eintopf irgendwann kriegen wir wieder was neues so lass mal sehen oder geht das nur mit dem level müssen wir mal gucken habe ich noch nicht so ganz durchblickt ohne kamille geht gar nichts aber ich habe hier ein bisschen umgeräumt guck mal jetzt können wir hier vorne die tränke rein mit donnern da oben die salben hier können wir jetzt das ganze essen rein donnern ähm gemüsesuppe das das und brot und hier so und wir haben wieder ein bisschen platz und jetzt machen wir folgendes wir holen uns auch ein lager ding die große palette kostet uns 225 wenn ich das verkaufe kriege ich 70 warte mal die kleinen sind besser vier kleine machen 40 und demselben platz passt nur eine große die ist safe besser außer was ist mit dem schrank 24 bei jungen der ist aber groß am besten sind die kleinen paletten so jetzt haben wir noch ein bisschen geld das reicht aber nicht für ein bild ich könnte einen stein da hinsetzen 60 attraktivität also wir haben noch zwei art schocken die lassen wir die leute sind wie heiß darauf gerade als schock zu kaufen spagel haben wir morgen wieder ich hoffe ein paar mehr kaufen lavendel und jetzt geht's los freunde die neue folge lassen wir so richtig jetzt krachen hiermit was geht was steht vor allem die großen regale sind für mich einfacher ich laufe vorbei mal zack 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 und das muss ich nicht immer durch 100 regale fischen die checken nicht ne ich hab kein eisen habe ich auch nicht schmiede schmiede okay das wissen zum nullpreis jetzt habe ich auf anfrage was war hier drin hat die schocke habe ich nicht habe ich nicht warte wolle wir haben wolle wir haben wolle hier ist er aber ich danke gnädige frau dass sie gewartet haben weil ich dick mitgewinnen auch ne den käse da rein und äh da das brot und jetzt hauen wir hier weil das hier fehlt ähm wolle hin so ne leider hab ich das nicht meine damen und herren eisen hab ich gut danke fürs zusehen ähm ich werde das hier so ein regal hinzustellen oh um ehrlich zu sein ich finde die gar nicht so toll naja es gibt mir attraktivität es gibt mir attraktivität schön oder ich mache ein großes regal dahin ein großes langes hey wir machen ja erstmal die die dinger hier so dann machen wir hier eisen und die besonderen sachen wie bolle machen wir dann hier ich habe noch gar keine gemüsesuppe ich werde die spargel noch nicht flippen oh ja endlich wieder kamille lavende brauchen wir nicht aber ich gieße hier mal trinke also raune könnte ich mal gebrauchen ich könnte aber den spargel der köchene gemüsesuppe machen der verdiene ich wenigstens geld und da warte ich noch eins bis ich einpflanze ich will das verspargel gemeinsam mit dem anderen da hat die schocker schon alles verkauft nein 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 okay Eine Gemüse haben wir da. Auf besonderen Kundenwunsch. Regale sind gefüllt. Welche Samen haben wir? Achso, ja. Okay, weiter geht's. Attraktivität ist auf Level 5. So, auf jeden Fall war es ein schönes Sticker da noch platzieren. Ein Bild oder so. Käse, gute Wahl, Ma'am. Ich hab Artischocke nicht, aber ich hab sogar tatsächlich was Spargel. Haben sie Kartoffeln? Alraune. Nein! Was kann ich euch denn Gutes tun? Hau ab! Bevor der Händler weggeht. Okay, das war knapp. Alraune wollte ich. Nur zwei. Oh. Da kann ich nochmal die Fußsabel für die Omi machen. Ah, die geht nämlich eigentlich relativ akzeptabel weg. Neue Händlerin. Oh, warum nicht? Haben wir normale Äpfel oder grüne? Ich hab' normale. Geld haben wir ja jetzt ein bisschen. Oh. Mamas Alraune holen wir nochmal. Noch einmal. Mamas Salbe. Oh, 22 Mücken. Okay, also haben wir jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich sonst hin tun soll. So, jetzt haben wir wieder genug Asche. Jetzt können wir die Erweiterung machen und schon mal vorbereiten für die Schmiede, die wir bauen werden. So, jetzt können wir die Erweiterung machen. So, verkaufen. Dann kommt das hier hin. Und die Schmiede kommt dann da in die Ecke. Und die Schmiede kommt. Hmm... 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 Geht das nicht wegen dem Hochregal? Das geht nicht wegen dem Hochregal. Das glaube ich ja nicht. Okay. Wir wissen eh, dass hier die kleine Bässe ist. Vielleicht ist mein Laden nicht der schönste auf der Welt, aber wir haben dafür reichlich von fast allem, außer Metallwaren. Aber daran arbeiten wir, Freunde. Demnächst haben wir auch Metallwaren. Ja, jetzt haben wir leider kein Geld mehr. So. Laden speichern. Und Reitermachen. Boah, geil. Endlich mal was für uns. Direkt ernten. Die werden mir die Bude einrennen mit Alchemie sagen. Aber Getreide habe ich mehr als genug. Vielleicht wollen wir auch Gemüsesuppen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich komme. Ich komme. Ich renne. Oh Gott. Okay. 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 Omas Salbe können wir nicht machen, aber ich mache schon mal hier ein paar Trecke. Okay. Brunnen. Brunnen habe ich, glaube ich, keine habe. Wenn die da im Angebot sind, nehme ich die mit. Käse haben wir noch ein bisschen. Eisen nicht. Tufreisen. Mhm. Ich brauche was für hinten. Äh, gab ich nicht. Achso. Ja, gekochtes wollen die gar nicht, die Lappen. Familie, Lavende. Nichts Besonderes, was ich brauchen kann. Alles überteuert. Wolle. Null. Nicht so viel Profit, aber ist besser als gar nichts. Boah, die reißen mir ja das Zeug hier aus der Hand. Endlich mal wollen die nicht so viel Eisen wahren. Boah, ich muss mehr Tränke machen. Artischocke. Leider nicht. Danke, Sir. Boah. Das war okay. Heute 149? Äh, nee. Lass mal stecken. Okay, Getreide brauche ich erstmal nicht. Weiße Kartoffeln, obwohl ich blaue eingesät habe. Ach, weil wir wegen Sommer minus 25 Prozent. Okay. Bald habe ich Boden, Freunde. Oh, nun da die Schocke. Was mache ich jetzt mit den Kartoffeln? Ich kann nur einfach Gemüsesuppe machen. Geht mit Kartoffeln natürlich nicht. Aha. Gibt es hier was im Angebot? Vollraune plus 100 Prozent. Ach, komm, mach einfach auf. Zahlt jetzt? Geht nicht. Zahlt jetzt oder stirb, wie immer. Ah, ich hätte gedacht, die nimmt auf jeden Fall was aus der Alchimie-Ecke. Ah, sie ist noch nicht fertig. Ah, okay. Die finden immer was in der Alchimie-Ecke. Und zock. Die Tränke machen auf jeden Fall Asche. Netto wert zwei. Gut, den Tag, Sir. Äh, FL habe ich noch. Oh, nee, warte. Ich muss erst mal hier Platz schaffen. So, lasst sie mal sehen. Allraune brauche ich. Eine. Lol. Eine Schmerzsalbe? Das reicht doch niemals. Guck, da ist schon der Erste. Der will Omas Salbe. Ich brauche noch einen Arauenhändler. Warte. 100 Prozent. Ich bezahle 18. Und was bezahle ich in der Salbe? 132 Prozent. Ich verkaufe die für 48. Da kann ich dir die teure Allraune auch kaufen. Vier Salben. Vier Salben. Mann, also die Salbe. Ja, ich komme ja schon. Ich mache Salbe für euch. Freunde. Sie reißt mir die Salbe aus der Hand. Omas Fußpilzsalbe. Omas Fußpilzsalbe. Omas Fußpilzsalbe. Hier habt ihr sie. So viel ihr wollt. Ja, noch mehr Fußpilzsalbe. Oh, weißt du was? Holt ihr die aus dem Regal? Mein Gott. Guck mal hier. 45 kriege ich für eine verkaufte Salbe. Da kann ich die auch für 15 einkaufen, die Allraune. Das macht dann wieder mehr Gewinn, als wenn ich den abweisen würde, den Kunden. So, was haben wir jetzt? Noch nicht genug. Also Getreide, safe brauche ich nicht. Wenn wieder Bäckerstube ist, dann ja. Ah, das war dämlich. Die brauche ich auch nicht. Die hätte ich gebraucht. Top 5 brauche ich jetzt auch nicht. Gut, jetzt kann ich noch Gemüshüppchen machen. Na, habe ich jetzt welche gekauft? Die will keiner. Krass. Gut. Ich kann noch Verhaltrenke machen. Die gehen gerade weg wie warme Semmel. Boah, jetzt hoffentlich geht die nie zu Ende, die Messe. Guck mal, 500 Ocken. Also damit haben wir Geld verdient. Und was können wir machen, mit dem wir Geld verdienen? Können den Laden aufbauen. Ausbauen. Ich mache jetzt hier extra nochmal nur für Lager. So, dann habe ich da noch den Raum für die Schmiede. Die sind irgendwie alle gleich groß, die Arbeitstätten, habe ich das Gefühl. Ich mache jetzt hier. Wow, Folge 5. Und wir haben schon ein riesen Imperium aufgebaut. Sieß. Er baut sich so einen kleinen Schuppen und denkt, er hat ein Imperium. Dann können wir hier nämlich den Verkaufsraum weiter ausbauen. Und ich will noch ein Bild. Ah, Mist. Die Bilder kosten so viel. Gärtnereiregal. Ah, bei 255 ist viel Geld. Oh, ich kann den Stein verkaufen. Und die volle Katze hinterm Dresen. Kann ich hier gleich noch ein bisschen Deko reinsetzen. Freunde, nächster Tag. Neues Glück. Letzter Tag für heute. Oma Salbe. Äh, Alraune. Ich brauche Alraune. Null Prozent. Gut, okay. Dann ist Alchimitag vorbei. Shit. Komm her. Verkaufs Bübele. Oh, ich dachte gerade, die Tür wäre weg. Ah, ich hätte mich hier eingeschlossen. Dachte ich gerade. Äh. Kamille brauche ich. Oh, Freunde. Muss was verkaufen. Oh, die Leute kaufen wieder normales Zeug. Ja, das ist nicht immer gut. Ja, genau. Dann wollen wir nämlich Eisen und Rohstoffe. Dann brauchen wir wieder Äpfel. Kamille. Ach, guck mal. Hier hätte ich Alraune verkünstigt gekriegt. Kartoffeln habe ich. Weitste Samen habe ich auch. Ich habe ja nur Samen. Nur ich. Noch zwei Kartoffeln. Ne. Fellkartoffeln gelassen. So. Jetzt mache ich Omas Fußsalbe nochmal. Viel besser als auch ohne zu verkaufen. Okay, komm mal. Artischocke gibt es hier heute nicht. Ausverkauft. Artischocke gibt es nicht. Tschüss. Ist Artischocke teuer? Mach ich zwei Profit. Lohnt sich das? Ja, komm. Ich brauche schon Gemüsesuppe. Ne. Ich brauche keine Gemüsesuppe mehr. Die wollen keine Gemüsesuppe kaufen. Ähm, was hast du? Der Tränke putzt sie. Kannst du mir noch Kamille geben? Und Alraune. Die Leute sind heute irgendwie geil auf Alraune. Ich nehme niemanden mit. Die 60% kannst du dich nicht beklagen. Schmerzsalbe. Ich mache 19 Profit. Ich kaufe die für 10. Für 10 kann ich die nicht selber machen. Doch, kann ich. Mache ich auch. Der Alraune. Ich hole lieber dafür Kamille. Dafür hole ich mir nur einen. Hemd ist im Angebot. Und Wolle. Na, Wolle mit Hemd hat noch keiner gefragt. Ach, die Schock hat. Habe ich. Ja, ausnahmsweise kriegst du Alraune. Hau ab jetzt. Ich will Oma Stinksalbe machen. Nein. Danke. Schön, dass ihr da waren. Tschüss. Na, ein bisschen Geld habe ich gemacht. Reicht das für eine Regale? Ne. Aber was Neues. Elegantes Regal. Eleganter Tisch. Hier kann ich Sonderangebote reinmachen. Oder ich nehme das Geld, was ich heute gemacht habe für Dekoration. Handpflanze. Gibt 100. Handlampe. Gibt 140. Im Haus gibt die 140. Im Haus gibt die 140. Erhöht deinen, indem du Dekorationen pflanzt. Wie viel muss ich denn noch machen an Dekorationen? Nochmal die faule Katze. Faulie Mac Kitty. Sieht kein Schwein, wenn ich das Bild habe. Kannst du da nicht mehr sehen? Ich mache Teppiche. Langer Teppich. Gibt ein bisschen mehr. Kommt, wir machen nächste Runde Dekorationen. Ah, eine Runde spiele ich noch mit euch. Meine eine Runde. Ich kann nicht aufhören. Dauert noch ein bisschen, bis wir Stufe 20 sind. Es verbreitet für die Schmiede, aber dauert jetzt. Ein Spargel will er ja. Oh, warte. Oh, warte. Ja, ich komme angehumpelt. Ich muss nur zwei Kohlen, da ich verkaufe keine. Ich vergesse das immer. Ich spasse euch. Okay. Getreide brauche ich nicht. Nee, Spargel habe ich leider nicht. Also gut, dass sie gegangen sind. Alraune habe ich auch keine. Danke. Aber Wolle habe ich. Spargel habe ich leider nicht. Mille habe ich. Okay. Was brauche ich? Normale Suppe? Und was hast du? Ich bin doch schon überladen. Nee. Leider nicht. Es wäre cool, wenn man beim Händler was kaufen könnte, äh, verkaufen könnte. Okay. Wir haben Bohnen. Einmal eine Gemüsesippe. Komischerweise sind die Leute heiß hier, doch. Also müssen wir wieder auf. Ist der Verzierter schöner? Ich finde nicht, dass er schöner ist. Ich finde den alten Schrank schöner. So. Ein bisschen Deko. Kann ich das Katzenbild? Das Katzenfangbild. Irgendwann muss ich doch hier nächstes Level kommen. Oder ist das kaputt? Was ist das hier? Aufgabenbrett. 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 Ja. Okay. Aber wie das Aufgabenbrett funktioniert und wie wir das machen, das sehen wir in der nächsten Folge. Uh. Okay. Freunde. Sehen wir in der nächsten Folge. Eins von vier. Arbeitsergebnis. Eins von vier. Okay. Gerne liken, gerne abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und bis dann. Euer Tashi. Ciao.